Ketchup-Fanatiker – Ed Shawn hat immer eine Flasche dabei Die Definition von perfekt für Ed. Der Sänger Ed Shawn gehört mittlerweile zu den absoluten Topstars im Musikbusiness. Mit Hits wie Supper of You stürmt der Rotschopf regelmäßig die Guards. Selbstverständlich, dass der Brite sich mit seinem Gehalt wohl ausschließlich in den feinsten Sterne-Restaurants bedienen lassen kann. Das hat jedoch auch seine Nachteile, da gibt es oftmals keinen Ketchup für eine kleine Katastrophe. Der Musiker ist ein absoluter Ketchup-Fanatiker. Seine Liebe geht so weit, dass er sich nicht nur als treue Gelöbnis an die rote Soße ein Tattoo hat stechen lassen, sondern sogar immer eine Tube dabei hat – egal wohin er geht. Ein Insider verriet gegenüber Mirror, er machte es zur Pflicht seiner Begleiter immer eine Flasche überall hin mitzunehmen, damit er Ketchup für alles hat für seine morgendlichen Wurstchen bis hin zum Dinner. Und wer weiß, vielleicht steht ja am 19. Mai 2018 sogar eine Ketchup-Flasche am Royalen Hochzeitspuffet für den A-Team Interpreten bereit, denn gilt aktuell als heißer Kandidat, um für die musikalische Untermalung bei der E-Schließung von Meghan Markle, 36, und Prinz Harry, 33, zu sorgen. Musik